Sag mal, hast du schon alle Geschenke zusammen? Ja klar, mit der höchsten Zeit. Und wo hast du die besorgt? Bei Ebay, Flakoni, Mediamarkt. Mit der Payback-App shopst du online völlig stressfrei. Und sammelst damit noch mehr Punkte. Bei allen? Bei über 600 Online-Shops solltest du auch langsam mal erledigen. Köpfchen? Payback. Mit der App noch mehr Punkte sammeln.